Äh, hi, ich bin Anna. Hi Anna. Die Wahrheit ist, dass ich trinke. Zu viel. Und manchmal nehme ich dazu Tabletten. Ich bin hier, weil ich, äh, heute morgen davon überzeugt war, einen Mord mit angesehen zu haben. Polizeinot rufen. Eine Frau wurde ermordet. Ich hab gesehen. Es hieß, du hättest einen Mord gesehen. Die ist komplett durchgeknallt. Ich bin nicht verrückt. Dass mir niemand glaubt, kann nicht sein. Wusstest du, dass sie ein Alkoholproblem hat? Das behalte ich. Könntest du aufhören mit dem Messer, dass du damit aufhören zu behaupten, ich hätte ein Alkoholproblem? Hör gut zu. Ich hatte Mitleid. Aber jetzt habe ich kein Mitleid mehr mit dir. Und ich werde auch nicht mehr für dich beten. Carol. Sie können nichts weiter tun, Detective. Aber ich kann. Darf ich Ihnen dazu ein paar Fragen stellen? Sind Sie von der Presse? Ja. Nehmen Sie das Interview nicht auf? Die Frau am Seeufer gegenüber. Was das ihre Fantasie beflügelt, kann ich mir vorstellen. Ich muss sehen, was du transportierst. Was für ein Scheiß ist das denn? Wo du auftauchst, kommt eine Frau um. Was? Ich... Ich will wieder leben. Normal leben. Verstehst du? Damit kannst du in jede Talkshow gehen. Sie verfolgen sicher einen Plan. Dann werden wir Sie weiter zur Sache vernehmen. Das ist Ihr linker Daumen? Sonst läuft's gut bei Ihnen? Bestens. Ich mache mir Sorgen. Ich bin bald wieder ganz gesund. Hallo? Ich hab's gesehen. Oder nicht? Rot oder weiß? Oh, vielen Dank. Aber ich trinke keinen Wein mehr. Ich nehme Wodka.